Grüß euch Leitl, endlich ist es soweit und ich kann es sagen, herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Wir haben uns dazu entschieden, 2020 diesen Kanal hochzuziehen und unsere Erfahrungen mit euch zu teilen. Und heute ist es endlich soweit und wir starten offiziell diesen Channel. Also wenn dich Strongman interessiert oder Powerlifting und du generell Interesse am Kraftsport hast, dann wird dir dieser Kanal auf jeden Fall viel Freude bereiten. Wir geben euch Einblicke in unser Training, zeigen euch Übungen im Detail erklärt vor und helfen euch aufs nächste Level zu kommen und Trainingsplateaus zu durchbrechen. Weiters werden wir für euch kochen und euch so zeigen, was wir im Laufe des Tages so ein Nahrungsmittel zu uns nehmen. Also abonniert diesen YouTube-Kanal, vergesst bitte nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Videos verpasst. Folgt uns bitte auch auf Instagram, ich bin zu finden unter strongman-hatschi und wenn ihr wissen wollt, was für eine reizende Dame sich hinter dieser Kamera befindet, dann folgt bitte auch live.withjohanna. Das nächste Video kommt dann nächsten Samstag online, da werden wir uns mit der Übung Kreuzheben beschäftigen und bis dahin bleibt stark, euer Strongman Hatschi. Quelle